Da war Audio-Logs? Hier ist doch generell sehr... Sehr ruhig. Wo ist diese... Plan... Plan... Punkt... Wo haben wir denn... Ach so... Hopp... Planet... Du bist ein Assi hier... Einmal als Bambus... Iron Bamboo... Eine Gedankengase... Hm... Wie das Zeug hier wächst... Zumindest... Wie... 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 Gerade ein Objekt geguckt... Hier gibt es noch... Hier gibt es noch... Hier gibt es jetzt... Hello! Wir nehmen einfach mal mit das an Tieren. Das ist nochmal. Dann quasi. Euer Audio Lock haben wir jetzt leider nicht bekommen. Was hat jetzt? Da.com 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 die objekte erstes mal der feedback planck länge vibration hier ist es nicht das wirklich wir haben schon die hübsche irgendwie an die ganzen ist natürlich die frage das ist dann die frage das ist dann jetzt noch mal sexuelles spannende dann zum ende dann was er noch erzählt das ist dann auch erzählen muss wenn man die ganzen audios dann noch an ein stück hören ist natürlich auch noch mal das Ich habe noch ein Bormer-Switch gekriegt. äh äh gar nicht die andere bin gut rum wow mein Augenboot da haben wir nochmal äh äh könnten wir hier welche Ehen auf der Planeten Ehen wir kriegen die Weile schon mal warte mal wenn wir auf der Planeten Ehen die ganze Zeit keine Ahnung ok sollten wir dann einfach mal weg die Ehen hier nochmal weg auf Planeten wir haben ja keine Ahnung könnten ja nochmal eine Nummer tief eben eben ja werks Okay. Okay, tats. Eeeh. Ehe? Kratze Ich fackelt's und da los Er hat selber Gedanken Das ist eine ziemlich kleine Welt, da sehen wir das gleich mal, oh da ist eine Maus Oh Du Geräusche Du eine Maus Hier sehen wir die Welt immer sehr stark wiederholt, jetzt kriegen wir es langsam so mit Es sei, dass die Welt immer stücke kleiner wird da ist das buch Für uns ist Ähm Fäschung Hm Du ein Toad Eine Roach Hat man schon gehabt ne Roach Gehen wir mal noch knapp Was sind wir jetzt Wollen Was anderes Da ist Fiene, ja da sind wir wieder sehr klein Mal gucken ob es irgendwie andere Mineralstoffe fliehen Was haben wir auf der Ebene Was haben wir auf der Ebene Da haben wir ja auch noch nicht alle draußen Obwohl ich jetzt schon Drei 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 Ah, wir haben noch mal geteilt. Wie gesagt sehr kleine informationen Hier ist dann noch mal Bin mir das sagen dass das spiel mehr oder weniger zu ende ist Oder infininini Bis in alle tage Was ist das jetzt Das haben wir noch nicht gehabt Nur allein Schön dass ich eine allein bin Da ist doch wieder ein gedanken Das haben wir noch mal Kein Audio-Lock, oder? Müssen wir nochmal auf die Planeten, also auf die Kassierte vielleicht? Da nochmal? Mit Wüste, kann ich ja gerne nochmal relaxieren, vielleicht haben wir da nochmal ein bisschen Glück, finden wir hier nochmal was, manchmal kann ja sowas sein, aber wir haben zumindest planetare Freunde gefunden, es ist so schön, Masse ist anziehen. Ja. Da sind zumindest nochmal Gedanken, wenn wir uns einfach mal so ein bisschen die Gedanken widmen hier. Da hoffen wir, dass wir dann nochmal was drankriegen. Da wäre nochmal was. Was passiert eigentlich, werde ich hier einfach in ein Animal wechseln. Da sind mal die Space Animates hier. Okay, ein paar Gedanken kriege ich jetzt hier noch selber. Und wie komme ich jetzt nicht an weitere Audio-Locks rein? das macht mich gerade irgendwie. Hey, da wäre nochmal ein Gedanke. Tiere müssten jetzt riesengroß sein. Was? Warte mal vor, man hätte so große Tiere. Vor allen Dingen mit der dichten Masse. Ja, die hat die eine Gravitation. Da kommt kein schwarzes Loch mehr hinterher. Ich weiß nicht, auf was für eine Ebene ich noch wechseln soll, damit hier irgendwie nochmal was kommt. Warte, etwas Radu. Vielleicht hilft mir da das Wechseln auf von einer Galaxie für ihn. Das war blöd, das wollte ich jetzt nicht. Was haben wir jetzt für einen Teil? Ich bin ein Death Pixel. Ich bin ein totes Pixel. Sehr schön. Ähm, ja, ein totes Pixel. Gehen wir nochmal da zurück. Was sind wir jetzt hier? Wir sind, äh, sind, äh, sind, äh, Galaxies. Wir können dann nochmal direkterweise rein, sind direkterweise auf eine Sonne. Was haben wir denn da? Wir haben hier noch was mit Fragezeichen. Da ist auch nochmal was mit Fragezeichen. Was bist du? Ringed Ice Planet. Gucken wir mal, was der hier hergibt. Der Ringed Ice Planet gibt erstmal hier eine Eisinsel her. Ja, ich bin ein Eisberg. Es ist schön, dass ich ein Eisberg bin, aber auf einem Eisberg kriege ich wohl nichts. So, was haben wir da? Da haben wir nochmal ein Boot. Gucken wir mal. Da ist sogar ein U-Boat. Hat gewesen. Dann haben wir hier ein Eiskontinent. Auf dem Eiskontinent haben wir, äh, einige Bäume. Gucken wir mal, haben wir hier eine Zipi-Satz? Eher nicht. Hier ist so ein kleines Häuschen, so ein ganz normales. Aber ich habe ja auch schon auf den asiatischen Planeten jetzt keine Gedanken gehabt. Was soll ich machen? Hier ist noch weitere Gedanken. Also, ich meine, Audiologs meine ich. Ja, da ist das Häuschen und dann ist gleich auf den nächsten Hübel, was wir da sehen, auch das Häuschen. Ja, hier ist der Titel. Es ist sehr wiederholungsmäßig. Jetzt kommen wir langsam hin, das Konzept. Ähm. Ja. Da ist noch ein Gedanke. Denk mal, die in Mamek. Snow, snow, snow. I wish I just support all melt away sometimes. Hoffe ich auch. Wenn ihr das jetzt hier seht, ist der, der, der eisige Wälder in Deutschland mittlerweile endlich okay. Aber aktuell hoffe ich. Ja. Da ist noch mal ein Gedanke. Ja. Den Schlupf auch ohne Ende. Ja. 61% Bäume. Ist cool, dass wir 61% Bäume haben. Das wäre, wenn ich dann irgendwann mal die Outlooks habe. Ah, ist eine Outlook. Nicht eine Outlook, eine Gedankenfolge. Jetzt sind. Und es wird da. Es wird heller. Ha. Wolkenziehen hier rum. Aber die Bäume hier eigentlich auch mit. Das ist das Sack. Kriegen wir auch mal dran. Mal noch mal tatsächlich. Danken. Wie gesagt, keine Zeit mehr. Sehr schade. Wir haben alle Bäume, die wir hier bekommen können. Mehr Bäume gibt es. Was ist das? Oh. Oh, oh. Sonne! Was haben wir noch für Planeten? Da ist noch mal was mit Fragezeichen. Keine Ahnung, was das jetzt für einen ist. Wir werden mal gleich sehen. Eine Rocket Planet. Ja, den Mond selber kann ich nicht ausprobieren. Ja, sieht sehr fabrikat aus. Ja, den Mond selber kann ich nicht ausprobieren. Ja, den Mond selber kann ich nicht ausprobieren. Fragezeichen. Gott ey. Hier sind auch noch mal Pflanzen. Und ein eigener Gedanke. Jetzt der sehr flott kam. Wenn jetzt noch mal da hinten noch mal Gedanken. Das war zwei Stück. Ja. Ein paar Audiologen. So, ganz viele Bäume. Das war's für ein Bist. Füß, füß. Ja, das war's für ein paar Trees. Füß, füß. Füß, füß, füß. Ja Gut wenn man es auch hier heißen Und noch ein Gedanke. Ja, so ein Audio wäre nicht schlecht, wenn dann noch was kommen würde. Mal nach, ob wir noch was hier haben. Wir haben Audio. Erste Objekte, zweite Objekte. Ah, okay. Dritte. Dann dritte. Haben wir welche noch überhaupt nichts? Auch nichts. Nur Ansätze. Noch nicht mehr durch Zugfall rüber gestolpert. Ja, zeige so viele Planeten hier abgebildet. Ah, Spacecraft. Eine Wild Space Station. SSS. Ah. Das dritte. Da haben wir verschiedene Ferne. Da fehlt noch einer. Pools. Jo. Weapons. Mal gucken. Autoplay. Helpen. Da sehen wir nochmal die Erklärungen. Oh, gleich. So. I will. I too. And. Can. This can. 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 Can scale. Can scale. Constance things. Amor. Ach so, das ist gar keine Denken Kollektion Soll ich das dann? Dann kann ich mir denken, okay. Bondi PS-CAM Name Zeit vergeht dann auch unterschiedlich wenn ganz Kleinteilheit mit 0,2 war wollen wir dann vierfach kontinent tausend dinge der taste x aber auch flying no horizon ein dann gibt es für move fast das haben wir auch mit herausgefunden frustrated let's go